Holz ist der älteste Brennstoff der Welt und gleichzeitig eine der effizientesten Heizmethoden unserer Zeit. Denn dank modernster Technik verbrennen heutige Heizgeräte Holz stets CO2-neutral und sind damit deutlich umweltfreundlicher als Erdgas- oder Heizöllöwen. Um Holz als Heizmittel noch effizienter zu nutzen, empfehlen sich Pellets. Mit dem Güde Pelletofen GP100 schaffen Sie sich Ihre eigene Wohlfühlatmosphäre. Er verbreitet eine gleichmäßige und wohlige Wärme im Raum und passt die Heizleistung automatisch an die gewünschte Raumtemperatur an. Hochwertige Komponenten garantieren dabei einen sicheren und zuverlässigen Betrieb. Für maximalen Bedienkomfort sorgen neben dem einfachen Befüllen die vollautomatische Zündung und der programmierbare Wochentimer. Oder bedienen Sie den Ofen mit der mitgelieferten Fernbedienung komfortabel vom Sofa aus. Neben den Farbvarianten in weiß und rot erhalten Sie den Pelletofen GP100 auch in unseren einzigartigen Natursteinfurnieren. Durch natürlich gewachsene Sedimentschichten, abgebaut in regionalen Steinbrüchen, vereinen diese Forniere mit ihren individuellen Naturfarbtönen und außergewöhnlichen Maserungen eine einzigartige Optik und Haptik. Sorgen Sie für behagliche Wärme in der kalten Jahreszeit. Mit dem Pelletofen Güde GP100. Güde. Einfach gut.